Fitness mit Marc, Folge 36. Moin Moin, hier ist Marc Maslow, dein Dranbleiben-Fitnesscoach von Marathonfitness.de. Die heutige Folge ist für alle, die gerne Podcast hören. Du bekommst noch was auf die Ohren. Ich gebe dir elf ungewöhnliche Fitnessbuchempfehlungen mit und warum es sich lohnt, sie zu hören. Bis gleich. Marc, ich brauche Lesestoff. Welche Buchempfehlung hast du für mich? Ich mag solche Fragen, denn Lesen verändert und zwar schnell. In der heutigen Folge gebe ich dir elf ungewöhnliche Bücher mit, die dir helfen, nackt gut auszusehen. Und einen nicht ganz so geheimen Trick, wie du 52 Bücher pro Jahr lesen kannst, auch wenn du eigentlich gar keine Zeit dazu hast. Ich fange mit dem letzten Punkt an, wie du 52 Bücher pro Jahr lesen kannst. Letztes Jahr habe ich das Buch von Arnold Schwarzenegger gelesen, seine Autobiografie, die nennt sich Total Recall. Das ist ein ziemlicher Schinken, 600 Seiten und mehr. Und ob du jetzt Schwarzenegger magst oder nicht, der Mann ist ein echter Dranbleiber. Das Buch ist entsprechend lesenswert, aber ich habe wirklich Ewigkeiten dran gelesen und habe dann festgestellt, okay, ich bin gerade mal ein Viertel durch. Wie soll ich das jemals schaffen? Die Lösung war letztendlich ziemlich easy. Audible. Ich bin seit Jahren Audible-Abonnent und ich habe da gesehen, dass die englische Ausgabe des Buches schon längst in der Bibliothek war. Ich habe mir das Buch also runtergeladen und in fünf Tagen hatte ich es durch. Cool war, dass Arnie die ersten Kapitel selbst vorliest und das war weltklasse. Ich sage nur, I'll be back. Ich weiß, dass du viel um die Ohren hast. Mir geht es ähnlich. Vielleicht hörst du nicht jede Folge meines Podcasts und pickst dir die Episoden raus, die dich interessieren. Vielleicht hörst du auch einige Podcasts auf zweifacher Geschwindigkeit. Ich kenne das Thema. Ich kenne auch das Thema, dass du in deinem Regal Bücher hast, die dort schon seit über einem halben Jahr stehen und darauf warten, gelesen zu werden. Das ging mir ganz lange Zeit so. Und dann habe ich Hörbücher entdeckt. Seitdem ich Hörbücher höre, hat sich das Thema für mich deutlich geändert und ich lese jetzt in Anführungszeichen viel mehr als früher. Wenn ich unterwegs bin, wenn ich Wäsche wasche, wenn ich Sportsachen wasche, aufhänge, wenn ich putze, wenn ich büge, wenn ich einkaufen gehe. Also wenn ich all diese Dinge mache, die mir eigentlich nicht so viel Spaß bringen, höre ich Hörbücher und bilde mich weiter. Und vielleicht gehörst du auch zu denen, die schon erfahren haben, wie viel zusätzliche Freizeit du plötzlich hast, die du mit großartigen Hörbüchern füllen kannst. Deswegen gebe ich dir in der heutigen Folge und ich weiß, als Podcast-Hörer ist das auch ein Thema für dich, gebe ich dir elf ungewöhnliche Audiobücher mit, die dir helfen, nackt gut auszusehen. Ich fange an mit einem absoluten Bestseller der letzten Zeit. Du hast bestimmt davon gehört. Das Buch Darm mit Scham von Julia Enders. Der gesunde Darm ist die Wurzel aller Gesundheit. Das hat damals der gute alte Hippokrates gesagt und das ist auch das Thema von dem Buch. Julia Enders ist Medizinstudentin und hat 2012 einen Poetry bzw. einen Science-Slam-Vortrag gehalten mit dem Titel Darm mit Scham bei insgesamt drei Slams und hat dort jeweils den ersten Preis abgesahnt. Dazu gibt es ein ziemlich sehenswertes YouTube-Video. Findest du in den Shownotes den Link und dieses YouTube-Video kennst du vielleicht auch schon, weil es sich wie ein Lauffeuer im Internet verbreitet hat. Dann ist eine Literaturagentin auf sie aufmerksam geworden und hat sie gefragt, sag mal, willst du da nicht ein Buch drüber schreiben? Hat sie gesagt, ja, mache ich und dieses Buch wurde sofort ein Bestseller. Und das ist gut so, denn das Verdauungsorgan der Darm ist nicht nur in der Öffentlichkeit ein Tabuthema, sondern offensichtlich auch in der Forschung ziemlich lange vernachlässigt worden. Ich weiß, das Thema ist nicht sonderlich sexy, aber das Buch ist sexy, denn die Fakten sind gut recherchiert, sie sind unterhaltsam, sie sind witzig aufbereitet und du findest Antworten auf so spannende Fragen wie, warum sorgen bestimmte Darmbakterien dafür, dass Menschen auch dann dick werden, wenn sie eigentlich zu wenig essen? Warum können Fertiggerichte auf die Stimmung drücken? Und was passiert eigentlich in der Verdauung? Die FAZ hatte das Buch auch rezensiert mit der Überschrift vom Bäh zum Wow und das passt ziemlich gut, wie ich finde. Das Buch ist amüsant, es ist lehrreich und das Hörbuch ist auch von ihr, von Julia Enders selbst vorgelesen und das bringt Spaß zuzuhören. Warum hilft damit Scham dir beim dranbleiben? Du kannst dich noch so gut ernähren, was hilft es dir, wenn die nackt gut aussehen, Nährstoffe, die du über deine gesunde Ernährung aufnimmst, einfach nicht im Darm in deinen Körper transportiert werden, wenn sie nicht ankommen? Wenn du weißt, was einen gesunden Darm ausmacht und wie er funktioniert, dann entdeckst du neue Wege, um gesünder und fitter zu leben. Das Buch kostet als Printausgabe knapp 17 Euro und als Hörbuch 11 Euro mit einem Audible Abo bis zu bei 4,95 dabei. Zweiter Buchtipp. Ich bin dann mal schlank, das Live-Programm mitgeschnitten von Patrick Heitzmann. Mit seinem Bühnenprogramm Ich bin dann mal schlank ist Patrick Heitzmann erfolgreich geworden, ist er bekannt geworden. Das ist so eine Kombo aus Kabarett und Ernährungscoaching. Die Vorstellungen sind inzwischen ausverkauft. Das Motto von Patrick ist, Diäten sind nicht lustig, aber man kann wunderbar darüber lachen. In seiner Show zieht er die gängigen Fitness- und Ernährungsmythen durch den Kakao und vermittelt leicht verdauliche Lösungen für einen gesunden Lifestyle. Was ich gut finde, ist, dass er das Ganze macht, ohne den Zeigefinger zu erheben. Es ist im Prinzip so eine Art Buffet, von dem du dich bedienen kannst. Das Hörbuch ist ein Mitschnitt von seinem Live-Programm, dauert wie das Programm dann auch 90 Minuten. Warum hilft das Hörbuch dir beim Dranbleiben? Es ist doch so, je entspannter du deine Ernährung veränderst, desto erfolgreicher wirst du sein. Und Lachen ist eine gute Möglichkeit, um entspannt zu bleiben. Wenn du das Ganze noch passt mit neuen Ideen und Anregungen, die du beim Hören mitnimmst, dann fällt dir die Veränderung deines Körpers noch leichter. Ich bin dann mal schlank, kostet 9,95 auf CD oder bei Audible ab 4,95. Die dritte Buchempfehlung geht auch in die Richtung Ernährung. Das Buch nennt sich Die Weizenwampe von Dr. William Davis. Dr. Davis ist praktizierender Kardiologe und Autor des Bestsellers Weed Belly, also ein US-Amerikaner. Das Buch war in den USA. Totaler Bestseller, ist inzwischen auch in Deutschland zum Bestseller avanciert. Vielleicht auch, weil er eine ziemlich radikale Ansicht vertritt. Dr. Davis sagt nämlich, dass moderner Industrieweizen und damit schließt er auch bewusst Vollkornweizen mit ein, einen negativen Effekt auf unseren Organismus hat. Sein Buch basiert auch zum Großteil auf seinen Praxiserfahrungen, denn er hat sich selbst und tausenden seiner Patienten in den letzten zehn Jahren eine weizenfreie Diät verordnet und hat gesehen, dass viele dieser Menschen 10, 20 oder sogar 50 Kilo abgenommen haben. Auch Krankheiten, die chronisch sind, wie zum Beispiel Diabetes Typ 2 oder Colitis Ulcerosa, haben diese Patienten überwinden können. Davis sieht viele Indizien, dass der durch moderne Zuchtverfahren und in Teilen auch Gentechnik veränderte Weizen dazu führt, dass bestimmte Erkrankungen einfach häufiger auftreten, wie zum Beispiel Akne, wie Schuppenflechte, Depressionen, Migräne oder Arthritis. Seine Theorie ist, dass dieser Weizen durch die enthaltene Aminosäure Gliadin den Appetit stimuliert und dafür sorgt, dass Menschen mehr Kalorien aufnehmen, als sie benötigen. Das Buch ist grundsätzlich sehr hörenswert und spannend erzählt. Davis liefert viele Studien und viele seiner Thesen sind bisher noch nicht eindeutig bewiesen. Die Wissenschaftler streiten sich da noch. Deswegen halte ich Alarmismus hier auch für nicht angebracht. Aber das Tolle ist, dass dieses Buch einfach zum Experimentieren einlädt. Ich kenne viele Menschen, die einfach mal testweise für 28 Tage auf Weizen verzichtet haben und die sich viel besser damit fühlen. Unabhängig davon, ob Davis' Argumentationskette dich jetzt überzeugt oder nicht, seine Thesen spielen eine ziemlich große Rolle in der Antigluten-Bewegung, die Nordamerika in den letzten Jahren förmlich überrollt hat. Und diese Welle, die kommt auch jetzt bei uns an. Was wirklich dran ist, wird die Forschung in den nächsten Jahren zeigen. Warum hilft das Hörbuch dir beim Dranbleiben? Weizenprodukte findest du auf jedem deutschen Esstisch. Wenn du nicht gerade in Japan lebst, dann wirst du per Zufall vermutlich nie erfahren, ob und wie dein Körper sich verändert, wenn du auf Weizen verzichtest. Verstehe mich an der Stelle bitte richtig. Ich sage ja nicht, dass du das machen musst. Aber ich kenne Menschen, denen viel das abnehmen, durch den Verzicht auf Weizen auf einmal ganz leicht und sie fühlten sich rundherum besser. Und es gibt andere Menschen, die stellten keinen Unterschied fest. Meine Vermutung ist, dass an einigen von Dr. Davis' Thesen definitiv was dran ist und das ist auch meine eigene Erfahrung und an anderen wahrscheinlich nicht. Das wird die Forschung zeigen. Was für dich stimmt, das kannst du aber jetzt sofort schon testen, wenn das Thema dich reizt. Preis des Buches liegt bei knapp 10 Euro. Hörbuch ist ein bisschen teurer, 17 Euro oder bei Audible eben übers Abo ab 4,95 im Monat. Mein nächster Buch oder Hörbuch-Tipp, der ist wahrscheinlich ein bisschen ungewöhnlich erstmal für dich. Das ist ein uralter Text von dem Stoiker Lucius Aneus Seneca. Nennt sich vom Glück, vom Schmerz und von der Seelenruhe. Der Wissenschaftler Randy Pausch hat mal gesagt, wir besiegen den Sensemann nicht, indem wir länger leben. Wir besiegen ihn, indem wir besser leben. Vor einigen Wochen ist die Mutter meines Schwagers gestorben und einen Tag später bekam ich den Anruf und erfuhr, dass mein Onkel an Lungenkrebs erkrankt ist. Es ist ja so, der Tod ist so natürlich wie die Geburt. Und wenn der Sensemann eins kennt, dann ist es die Gleichberechtigung. Nackt gut aussehen, Fitness, Ernährung, darin sehe ich keinen Selbstzweck, sondern es darf ein Vehikel sein. Ein Vehikel, das dir dabei hilft, ein glücklicheres, ein freieres, ein selbstbestimmteres Leben zu führen. Ein Leben halt, für das es sich zu leben lohnt. Die spannende Frage ist ja folgende. Wie findest du die richtige Balance zwischen Zeit, die du in dich und deinen Körper investierst, und Zeit für andere Lebensbereiche, zum Beispiel Beziehungen zu anderen Menschen? Wie gehst du mit Schuldgefühlen um, um das zu tun, was wirklich wichtig ist? Ich komme manchmal in Situationen, in denen diese Fragen mich besonders beschäftigen. Gebe ich dem sozialen Druck meines Umfelds nach oder ziehe ich mein Ding durch? Bleibe ich auf Spur? Bediene ich die Wünsche anderer Menschen oder riskiere ich, dass ich sie enttäusche oder dass diese Menschen sogar wütend auf mich sind? Was ist im Moment am wichtigsten? Zeit oder Geld? Wenn du die Schriften von Seneca lest oder eben hörst in diesem Hörbuch, dann wunderst du dich, dass sie schon Jahrtausende alt sind. Ich muss häufig schmunzeln, wenn ich ihm zuhöre, weil ich feststelle, dass die Themen, die die Menschen damals beschäftigt haben, exakt die gleichen sind, wie die, die uns heute beschäftigen. Und die Lösungen sind häufig auch exakt die gleichen. Und Lösungen finde ich oft, wenn ich Seneca lausche. Warum hilft Seneca dir beim Dranbleiben? Wenn du dir sagst, ich will nackt gut aussehen, ich will meinen Körper verändern, dann passiert die Veränderung ja nicht im Vakuum. Es ist gut, wenn du einen Plan hast. Und manchmal passieren unvorhergesehene Dinge oder es gibt auch Konflikte mit anderen Menschen oder mit dir selbst. Wir nennen das Leben. Und Senecas Gedanken helfen dir, entspannt den richtigen Fokus zu setzen. Das Hörbuch kostet 18 Euro auf CD und ist auch im Download zum Beispiel bei Audible erhältlich. Und ich hoffe, du hast jetzt nicht alles mitnotiert. Das musst du nicht. Du findest alle meine Buchempfehlungen auch in den Shownotes unter marathonfitness.de-podcast. Und dann die aktuelle Folge. Nächste Buchempfehlung. Das Buch Vitamine von Dr. Ulrich Strunz. Viele Menschen sind verunsichert, weil die Medien schreiben widersprüchliche Dinge. Sind Vitamine jetzt gesund oder nicht? Wie wirken sie im Körper? Ist es gesund oder schädlich, Nahrungsergänzungsmittel zu verwenden? Was ist besser? Die Möhre essen oder die Pille nehmen? Wie helfen Vitamine, wenn du abnehmen willst? Wie helfen sie, wenn du Muskeln aufbauen willst? Welche Rolle übernehmen die einzelnen Vitamine im Körper? Und bist du eigentlich von einem Vitaminmangel betroffen? Interessant finde ich, dass Strunz in seinem Buch nicht nur auf die naturwissenschaftlichen Hintergründe eingeht, sondern auch auf die politischen Grabenkämpfe durch Lobbyisten. Das Problem in Anführungszeichen bei Nahrungsergänzungsmitteln ist ja, dass sie auf natürlichen Stoffen wie Vitaminen beruhen. Und die lassen sich nicht patentieren. Damit stehen die Nahrungsergänzungsmittel in direkter Konkurrenz zu Medikamenten. Was Strunz in seinem Buch feststellt, ist, dass immer die gleichen wenigen Studien als Beleg herangezogen werden, wenn Vitamine kritisiert werden. Und auf der anderen Seite gibt es hunderte anderer Studien, die er auch anführt, über die positive Wirkung von Zusatzvitaminen. Und die werden häufig verschwiegen. Wenn du schon mal was von Strunz gelesen hast, dann weißt du, dass er einen ziemlich provokanten, ihm eigenen Stil hat. Den darf man mögen. In diesem Stil erklärt er aber sehr gut und sehr verständlich. Und Vitamine sind nun mal ein komplexes Thema, das hier kurz und knackig erklärt ist. Warum hilft das Hörbuch dir beim Dranbleiben? Du fühlst dich nur so gut, wie dein Stoffwechsel läuft. Wenn du bestmöglich mit Vitaminen versorgt bist, dann können auch diejenigen Stoffwechselprozesse optimal ablaufen, auf die es dir ankommt. Du baust Fett ab, du baust Muskeln auf und du fühlst dich, als könntest du Bäume ausreißen. Wenn die Vitamine fehlen, dann lebst du mit angezogener Handbremse. Im Prinzip kann ja schon ein Mangel an nur einem dieser Vitamine dazu führen, dass deine Fettverbrennung stockt, dass du Heißhunger entwickelst, dass du reizbar würdest oder anfällig für Infekte bist und dich einfach schlapp fühlst. Das Hörbuch Vitamine von Dr. Strunz liefert dir alle nötigen Grundlagen und liefert dir Lösungen, die auf dem aktuellen Stand der Forschung basieren. Das Buch ist brandneu und auch sehr aktuell mit Studien unterfüttert. Der reguläre Preis fürs Buch und Hörbuch liegen ungefähr bei 17, 18 Euro. Meine nächste Empfehlung ist so eine Art unkonventioneller Guide für deinen Körper. Der 4-Stunden-Körper heißt das Buch von Tim Ferriss. Auch ein Bestseller ist seit einigen Jahren auf dem Markt. Der Leitsatz der ganzen Bücher von Tim Ferriss, die alle lesenswert sind, ist die Frage, wie kannst du mit Minimalaufwand möglichst viel erreichen? Zum Beispiel hat Tim Ferriss in seinem Buch einen wirklich interessanten Ansatz, wie du mit maximal 30 Minuten Trainingsaufwand pro Woche Muskeln aufbauen kannst. Dann stellt er ein Ernährungsmodell vor, mit dem du ziemlich gut Fett abbauen kannst und trotzdem Unmengen Essen. Ein 30 Minuten Orgasmus für die Herren, die die Frauen beglücken wollen. Und auch interessanten Schlafmodell. Wie kannst du mit nur zwei Stunden Schlaf pro Tag auskommen und dich trotzdem fit fühlen? Du findest wirklich interessante Ansätze in dem Buch zu den Bereichen Muskelaufbau, Ausdauersport, Ernährung, Sex. Und die beantwortet Tim auf die ihm eigene unkonventionelle Weise. Ich habe das Buch vor vielen Jahren geradezu verschlungen und einige der Ansätze auch selbst getestet. Einige davon sind eher praxistauglich, andere sind eher ein bisschen schwierig in der Praxis umzusetzen. Auf jeden Fall sind sie hochinteressant. Und das, was Tim in seinem Buch ganz vorzüglich schafft, ist es, die Begeisterung für deinen eigenen Körper zu wecken und die Begeisterung zum Experimentieren zu wecken. Es sind viele interessante Lösungen, die sich grundsätzlich eher an Einsteiger richten oder an die Leute, die bisher dachten, sie hätten keine Zeit dafür, Sport zu machen oder sich gesund zu ernähren. Fortgeschrittene oder Menschen, die halt regelmäßig Sport machen, können sie neue Impulse geben, aber da würde ich ein bisschen mit Bedacht rangehen. Warum hilft dir das Hörbuch beim Dranbleiben? Dieses Buch macht einfach Spaß. Vor allen Dingen deswegen, weil es einen gesunden Mindset vermittelt. Sei experimentierfreudig, miss deine Erfolge. Tu mehr von dem, was funktioniert und falls es nicht funktioniert, tu etwas anderes. Der 4-Stunden-Körper ist gespickt mit unkonventionellen Ideen, die zwar nicht das Rad neu erfinden, die aber vielen Menschen nicht bekannt sind. Wer extrem wenig Zeit investieren möchte oder kann, findet hier Lösungen, die ihm weiterhelfen. Wer ambitionierter ist, findet vielleicht die ein oder andere Anregung, die er noch in sein Programm einbauen kann, sollte aber nicht zu viel erwarten. Das Buch kostet als Hardcover knapp 23 Euro und als Hörbuch 13 Euro. Gibt es auch bei Audible. Eine der Hauptursachen für Übergewicht ist neben Diäten das Thema emotionales Essen. Und darum geht es bei der nächsten Buchempfehlung. Das Buch nennt sich Sehnsucht und Hunger, Heilung von emotionalem Essen von Maria Sanchez. Ganz spannend ist, was der Hypnotherapeut Paul McKenna mal zu dem Thema gesagt hat. Er sagt, Menschen essen oft aus Langeweile, Einsamkeit, Müdigkeit, Frust oder hundert anderen Gründen, von denen keiner etwas mit physischem Hunger zu tun hat. Grundsätzlich ist Essen aus emotionalen Gründen erstmal okay. Und es ist auch völlig normal. Stell dir vor, du hast Geburtstag, lädst zum Kuchenessen ein und denkst in dem Moment gerade, hey, eigentlich habe ich gar keinen Hunger, aber du isst trotzdem dieses Stück Kuchen und genießt es auch. Das ist emotionales Essen und es ist okay. Es wird erst dann zum Thema, wenn du es wie ein Medikament nutzt, wie zum Beispiel, wenn du Stress hättest oder schlechte Gefühle und dann regelmäßig oder unterbewusst. In der Arbeit mit meinen Kunden habe ich die Erfahrung gemacht, dass viele Menschen essen, obwohl sie keinen Hunger haben und das eben auch häufig als Medikament eingesetzt wird. Das Buch von Maria Sanchez ist eine mögliche Hilfestellung. Sie erklärt, worin die Ursachen liegen für emotionales Essen und wie du dieses unterbewusste Verhalten Schritt für Schritt verändern kannst. Warum dir dieses Hörbuch beim Dranbleiben hilft. Essen als Medikament ist keineswegs ungewöhnlich. Ich habe für einen Artikel, den ich auch mal dazu geschrieben habe, mal recherchiert und dort eine Studie gefunden, dass 40% der Frauen und 21% der Männer in Deutschland schon mal aus Stress oder Frust essen. Die Ironie an der Sache ist folgende. Du kannst emotionalen Hunger nicht mit Lebensmitteln stillen. Ich bin an der Stelle ziemlich simpel gestrickt. Ich glaube, emotionales Essen ist ein meist unterbewusst erlerntes Verhalten. Und Verhalten kannst du ändern. Dabei hilft dir dieses Hörbuch. Kosten für das Buch und Hörbuch liegen bei etwa 20 Euro. Meine nächste Empfehlung ist eine Vortragsaufzeichnung und zwar von Reinhold Messner. Das Ganze nennt sich Passion for Limits. Wie fühlt es sich an, wenn du an die Grenze gehst? Wo liegt der Reiz daran, wenn du dir herausfordernde Ziele setzt? Wie gehst du mit Rückschlägen um in Situationen, in denen andere klein beigeben? Wenn jemand die Antwort auf diese Fragen kennt, dann Reinhold Messner. In seinem packenden Vortrag beschreibt er, was ihn antreibt, was er fühlt und wie er in entscheidenden Momenten Lösungen findet. Einige Passagen sind dabei mit so esoterischer Musik untermalt, die du aber schnell ausblendest, wenn du seiner Erzählung folgst, denn das ist wirklich fesselnd vorgetragen. Das Faszinierende dabei ist, wenn du die Struktur verstehst, mit der Messner denkt, wenn du seine unsichtbaren Skripte kennst, dann kannst du sie übernehmen und auf deine Ziele anwenden. Es muss ja nicht gleich der höchste Berggipfel sein oder das arktische Packeis. Warum hilft dir dieses Hörbuch beim Dranbleiben? Reinhold Messner ist ein Dranbleiber. Und was für einer. Er setzt sich Ziele, von denen er nicht nur begeistert, sondern geradezu besessen ist. Und dann zieht er die Sache durch. Komme, was da wolle. Ich finde es unglaublich faszinierend, solchen Menschen in den Kopf zu gucken, Einblicke in die Denkweise zu bekommen. Und genau das liefert dieser Vortrag. Er ist voller unsichtbarer Skripte, die dir helfen können, dran zu bleiben und deinen Körper noch erfolgreicher zu verändern. Kostet 16 Euro das Ding. Meine nächste Empfehlung ist für all die Noch-Raucher unter uns. Das Buch Endlich-Nicht-Raucher von Alan Carr ist ein absoluter Klassiker. Vor knapp 15 Jahren habe ich selbst mal probiert. Mit 20 war ich damals, habe ich Zigaretten ausprobiert für ein paar Wochen. Das war abends beim Weggehen und damals war es normal, dass überall geraucht wurde. In Restaurants, in Clubs, auf Lughäfen. Den Geruch vom kalten Rauch habe ich damals schon immer gehasst, aber ich weiß, wie es sich anfühlt, dieses anregende Gefühl von Nikotin. Das hat mir gefallen. Und ich bin froh, dass ich damals schon nach einigen Kippen entschieden habe, ich bleibe lieber dabei, Frischluft zu atmen. Aber ich kann gut nachvollziehen, wie einige Menschen das Rauchen erst zur Gewohnheit und dann zur Sucht werden lassen. Manchmal muss ich denken, irgendwas stimmt doch hier nicht. Ich sehe ab und zu Menschen vorm Fitnessstudio stehen, auch Trainer und die stehen dort und rauchen eine Zigarette. Und vor haben sie was für ihre Gesundheit getan. Dann denke ich, Mensch, das ist doch super paradox. Aber es ist auch nur meine kleine Welt. Viele Menschen aus meinem Freundes-, Bekannten- und Kundenkreis haben sich das Rauchen erfolgreich abgewöhnt. Und wenn ich dann gefragt habe, Mensch, wie hast du es gemacht? Dann sagen ganz viele davon, ich habe dieses Buch gelesen, Endlich-Nicht-Raucher und das hat mir total geholfen. Also, warum hilft dir das Buch beim Dranbleiben? Jeder, der mit dem Rauchen aufhört, hat seine eigenen Gründe. Wenn du diesen Podcast hörst, dann ist dein Körper dir wichtig. Du willst gesund sein, du willst fit sein, du willst leistungsfähig sein, du willst nackt gut aussehen. Und es hat dir vermutlich nicht geholfen, zu rauchen. Vielleicht dachtest du, dass es dir etwas anderes gab. Dieses Hörbuch hilft dir, einen neuen Weg zu gehen. Buch und Hörbuch kosten knapp so viel wie zwei Packungen Zigaretten. Ich habe noch ein zweites Buch mitgebracht von Dr. Strunz. Das ist sein neues Forever Young Buch. Ist vom Marketing eher ein bisschen in Richtung Anti-Aging ausgerichtet, passt aber exakt auf unser Thema nackt gut aussehen. Und zwar nackt gut aussehen aus einer etwas anderen Perspektive. Viele Dinge, die du in diesem Podcast gehört hast und die du auf meinem Blog liest, findest du ebenfalls in diesem Buch. Ich liege da ziemlich auf einer Linie mit dem Dr. Strunz. Das, was er in seinem Buch rüberbringt, ist im Prinzip ein schönes Modell für einen aktiven Fitness-Lifestyle. Im Gegensatz zu vielen Fitness-Büchern vermittelt Strunz allerdings auch diesen naturwissenschaftlichen Hintergrund. Er bringt hier und da interessante Studien an und untermauert das Ganze auch, was er schreibt. Was für Themen handelt er in seinem Buch ab? Das ist einmal der Rundumschlag, zum Beispiel, wie ist die in Anführungszeichen genetisch korrekte Ernährung? Das basiert er auf der Steinzeit Ernährung. Dann geht er darauf ein, warum Krafttraining die biologische Uhr zurückdreht, warum Ausdauer gut ist und High-Intensity-Interval-Training noch besser ist. Die Frage, wie gesund ist Fasten eigentlich und hilft es dir, deine biologische Uhr zurückzudrehen? Welche Rolle spielt Eiweiß und wie viel brauchst du davon? Dann geht er auch nochmal auf das Thema Vitalstoffe ein, Vitamine, Mineralien. Welche davon brauchst du und woher bekommst du sie? Warum dicke Menschen schneller altern und welche Rolle das Insulin dabei spielt und wie Menschen durch Stress alt, dumm und fett werden? Diese und mehr Themen findest du in dem Hörbuch. Dann auch noch ein Trainingsprogramm, das sich eher an Einsteiger richtet, aber auch gut mit einem ausgefüllten Alltag und Joballtag zu vereinbaren ist. Ein Tipp noch, eine Anmerkung, wenn du das Buch nur wegen der Rezepte im allerletzten Kapitel hören würdest, dann solltest du dir lieber die gedruckte Fassung zu legen. Denn im Hörbuch sind diese ganzen Rezepte vorgelesen, aber wenn du dann wirklich am Herd stehst, dann ist die Schriftform bestimmt praktischer. Warum hilft dir dieses Hörbuch beim Dranbleiben? Wenn du nackt gut aussehen willst, dann vermittelt dir Forever Young ein praktisches Standardmodell für einen gesunden Lifestyle, das auf wissenschaftlichen Fakten fußt. Das Ernährungsmodell geht so in Richtung Paleo-Prinzip. Strunz zeigt dir, warum Kraft- und Kardiotraining wichtig ist und wie du den natürlichen Alterungsprozess deines Körpers bremsen oder die biologische Uhr gar zurückdrehen kannst. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Versorgung mit lebenswichtigen Mikronährstoffen. Das Buch kostet 20 Euro, ist gerade rausgekommen, Hörbuch knapp darunter. Wir sind fast am Ende der heutigen Folge. Einen einzigen habe ich noch und das ist mein absoluter Favorit. Das Buch nennt sich das Graveyard Book von Neil Gaiman. Neil Gaiman ist ein US-Autor und wenn es eine fesselnde Schreibe gibt, die du mit einer Droge gleichsetzt, dann wäre Neil Gaimans Stil vielleicht das beste Kokain, das du bekommen kannst. Das Hörbuch hat nichts mit Fitness zu tun. Es ist einfach eine wunderschöne Kindergeschichte, die dir hilft, entspannt dran zu bleiben. Nämlich dann, wenn du Dinge tust, zu denen du dich sonst vielleicht erst hättest aufraffen müssen. Wenn es jemals für dich ein Angang war, Sportsachen zu waschen, Lebensmittel einzukaufen, gesund zu kochen oder 10.000 Schritte am Tag zu gehen. Mit diesem Buch auf dem Ohr wird das alles zum Erlebnis. Ich persönlich bin ein Riesenfan des englischen Originals, weil das wird von Neil Gaiman selbst vorgelesen und der hat einfach eine hinreißende Erzählstimme. Der deutsche Vorleser ist aber auch gut. Das Buch ist das Richtige für dich, wenn du als Kind Gute-Nacht-Geschichten genossen hast, dann wirst du diese hier lieben. Warum hilft das Buch dir beim dranbleiben? Für die einen von uns ist es das Kochen, für die anderen das Wäsche waschen, bügeln oder einkaufen. Es ist ja nun mal so, ein gesunder Fitness-Lifestyle beinhaltet Dinge, die weniger Spaß machen als andere. Aber wenn du diese Gelegenheit nutzt, um eine fesselnde Geschichte zu hören und da richtig drin abzutauchen, dann freust du dich auf einmal drauf. Das Graveyard-Book ist eine meiner persönlichen Lieblingsgeschichten und ich bin sicher, sie wird dir auch gefallen. Das Buch kostet knapp 15 Euro. So und ganz zum Schluss möchte ich dir noch eine Empfehlung mitgeben. Wenn du regelmäßig Hörbücher hörst, dann kannst du ordentlich Geld sparen. Und zwar bekommst du ein Hörbuch pro Monat für 4,95 Euro. Und zwar auch alle, die hier heute in der Folge vorgestellten. Es ist ja so, normalerweise bezahlst du für ein Hörbuch im Handel auf CD meist zwischen 10 und 50 Euro. Wenn es dir wie mir geht, dann hörst du deine Hörbücher via Smartphone. Und ich persönlich finde dann die Oldschool-CDs relativ unpraktisch, weil du die erst in deine Bibliothek importieren musst und dann die ganzen Tracks anpassen, damit da noch nicht steht Track 1, Track 2 und so weiter. Ich finde Downloads sind einfacher und im Audible-Abo bekommst du ein beliebiges Hörbuch zum Download für bis zu 70 Prozent günstiger. Die Audible-Bibliothek umfasst über 100.000 Hörbücher. Da findest du fast alles, was am Markt erhältlich ist. Ich mache mir ganz gern auch mal Notizen in Bücher oder setze Lesezeichen. Und das geht mit Audible hervorragend. Du kannst Lesezeichen setzen, während du zuhörst. Und ich mache es dann so, dass ich mir oft am Ende eines Kapitels auch Notizen mache. Dazu nutze ich dann meine Lesezeichen, wenn ich was vergessen habe. Für mich funktioniert das oft besser als die Suche nach Markierungen im Text in der Printversion. Auch hier im Abo kannst du übrigens Hörbücher zurückgeben. Wenn sie dir nicht gefallen sollten, dann kannst du einfach ein anderes Buch bekommen. Was kostet das Ganze? Liegt preislich bei 9,95 Euro pro Monat. Das ist schon ein ziemlich guter Deal. Und aktuell hat Audible auch ein Neukundenangebot, sodass du im ersten Vierteljahr nur die Hälfte zahlst. 4,95 Euro. Das Abo ist monatlich kündbar und die Bücher, die du schon runtergeladen hast, kannst du auch behalten. Link dazu findest du in den Shownotes. Wenn du meinen Link verwendest, ich bekomme eine kleine Provision. Du hilfst mir damit, diesen Podcast zu finanzieren. Ist aber natürlich optional. Du kannst auch direkt auf audible.de gehen. Shownotes findest du unter www.marathonfitness.de schrägstrich Podcast. So, ich komme zum Ende für heute. Fazit, was ist mit dir? Liest du noch Bücher oder hörst du schon? Wenn es dir so geht wie mir, dann machst du beides. Jedes hat seinen Platz. Während du langweilige Routinetätigkeiten machst, kannst du Hörbücher hören und hast einfach noch zusätzliche Freizeit. Als ich vor vielen Jahren dieses Medium für mich entdeckt habe, war ich ziemlich erstaunt, wie viel Zeit ich auf einmal hatte, um täglich mehr neue Dinge zu lernen oder einfach einer schönen Geschichte zuzuhören. Ich fühle mich manchmal beim Zuhören in meine Kindheit zurückversetzt, wie früher, als deine Eltern dir noch Geschichten vorgelesen haben. Vielleicht konnte ich dich in der heutigen Folge dafür begeistern, dir deine Bücher einfach mal wieder vorlesen zu lassen. Nicht jedes Buch ist zum Zuhören geeignet oder gar als Hörbuch erschienen. Gerade bei Sachbüchern muss man immer mal so ein bisschen gucken. Die elf Bücher, die du heute kennengelernt hast, gehören zu meinen persönlichen Favoriten und die Liste findest du auch in den Shownotes. Nochmal zum Nachlesen. Eine Liste, die vielleicht etwas anders ist, als das, was du sonst gewohnt bist. Cool, dass du bis jetzt dran geblieben bist. Falls du Feedback hast zu dieser Show oder Vorschläge für Interviewpartner, die ich in einer der nächsten Folgen interviewen sollte, schick mir eine Mail an podcast-at-marathon-fitness.de. Die Shownotes und weitere Infos findest du unter marathon-fitness.de-podcast. Und da findest du auch Links, wie du mich über Twitter, über Facebook oder über andere Wege erreichen kannst. Falls du diese Folge hörst und noch nicht abonniert hast über iTunes oder über Stitcher oder andere Plattformen, dann solltest du das schleunigst ändern. Die beste Möglichkeit dran zu bleiben ist, wenn du dir diesen Podcast kostenlos auf dein Phone oder auf deinen Computer liefern lässt. Du kannst ganz einfach abonnieren, indem du auf iTunes gehst und dort nach Fitness mit Marc suchst oder du gehst auf www.marathonfitness.de-podcast und klickst auf abonnieren. Wenn dieser Podcast dir gefällt, dann kannst du auch was zurückgeben. Geh auf iTunes, gib mir deine 5-Sterne-Bewertung und schreib was Nettes. Ich lese das und ich werde dir ewig dankbar sein, versprochen. Der Punkt ist der, mit deiner Bewertung hilfst du, dass dieser Podcast leichter gefunden wird von Menschen, denen diese Infos auch helfen könnten, um ihren Körper zu verbessern, um nackt gut auszusehen. Denn das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine Empfehlung an jemand anderen.